Er kommt von der Bohrinsel. Du weißt, dass wir die Eheschließung mit Fremden nicht gutheißen. Weißt du überhaupt, was Ehe bedeutet? Das ist, wenn zwei Menschen in Gott vereint werden. Wir verehren dich als Ursprung jeder guten und vollkommenen Gabe. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Ich traue dir nicht. Ich danke dir für die schönste Gabe von allen. Die Gabe der Liebe. Ihr fehlt die Kraft dazu. Sie ist stärker als wir beide. Du verstehst das nicht, oder? Mir ist doch klar, dass ich bald wieder zurück muss, ja? Du musst doch weiterleben, auch wenn er nicht hier ist. Er ist nicht tot. Du bist nicht tot. Pass auf! Ihr Mann kann vielleicht nie wieder gehen. Aber er kann weiterleben. Ich bin am Ende, Pess. Du musst dich mit ihm vertragen. Ein Mann und seine Frau müssen miteinander sprechen können. Ich will, dass du dir einen Mann suchst, um mit ihm zu schlafen. Ich komme zum Tanzen. Und danach komm hierher und erzähl mir davon. Schläfst du mit anderen, um seine kranken Fantasien zu schüren? Sie müssen sich wieder anziehen. Sie haben doch gesagt, sie hätten mich gern. Hast du eine Ahnung, wie es ist, ausgestoßen zu sein? Ich fürchte, sie sind da in etwas reingeraten, das sich ihrer Kontrolle entzieht. Sein Kopf ist voll Narben. Er ist mit Tabletten voll bis oben hin. Er weiß nicht, was er sagt. Sie muss hier raus. Gehen fort mit dir, Bess McNeil, aus dem Hause Gottes. Gehen fort mit dir, Bess.